Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Lautschmar und ich begrüße euch wieder bei South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Und wir sind immer noch beim U-Store, U-Store, was weiß ich, wie der Nummer heißt. Keine Ahnung. Und wir sind hier kräftig am untersuchen. Oha. Oh, das war nicht gut. Jetzt sind wir tot. Okay. So. Okay. So. Yeah. Sehr schön. Ödladanzug. Sehr schön. Oh oh. Na toll. Das hat ja sehr viel gebracht. Wie kommt man da jetzt vorbei? Oh, ohne dass wir erschossen werden. Okay. Moment. So, wir müssen die Zeit... Nein, wir müssen da ja hin. Wie machen wir das? Was haben wir denn hier eigentlich? This way I have this side obsession. Sehr schön. Hm. So, mal gucken. Ah, ja. So, jetzt. Ah, ja. Sehr schön. Ah, guck mal da. Können wir das verschieben? Ja, sehr schön. So muss das sein. So will ich das haben. So, okay. Okay. Und? Jawoll. Dankeschön. Sehr schön. Okay. 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 Guck mal. Übereinstimmung. Okay. Yeah. Komm schon. Dann. Sehr schön. Dann mal los. Wow, wow. Ha. Ha. Das hast du wirklich drauf. Ablos. Definitiv. Sehr geil. Sehr schön. Und jetzt? Wie komm ich da weiter? Nein. Ach, warte mal. Klar. So. Und nö. Kann ich irgendwo hoch? Das ist ja mal wieder hier. Sehr schön. Gut. Hm. Aber warte mal. Ah. Sehr geil. Okay. Sehr schön. Oh je. Yes. Sehr gut. Kriegen wir das auch irgendwie hin? Warte mal. Kann ich das wieder hoch? Nein. Das habe ich jetzt sehr gut vermasselt. Egal. Warte mal. Oder. Wir holen uns da. Oder auch nicht. Ah ja. Okay. Super Craig ist hier. Warum sollte Chaos einen ganzen Lastwagen in Alufolie einwickeln? Darum geht's auch nicht. Leute haltet bloß die Klappe. Wir spielen nicht mit ihr. Sieh dir mal Lagerhalle 56D an. Und hier. Nimm das. Ruf mich falls nötig. Ich glaub du wirst über Hilfe froh sein. Hm. Anscheinend hält sich inzwischen jeder dahergelaufene Spaß für ein Superheld. Jetzt lasst uns einfach Scramus finden. Okay? Genau. Gucken wir da irgendwie hin? Nö. So. Ah. Was haben wir denn hier Schönes? So. Verbessertes Gegengift. Oh yeah. Ja. Das wäre nicht schlecht. Wenn wir. Wollen wir mal. Dann gucken wir mal. Dass wir da ein bisschen was verkaufen. Können wir auch was verkaufen. Ach krass. Können am Automaten was verkaufen. Das musst du dir mal vorstellen. So. Komm schon. So. Oh my god. Oh my fucking lord. So. Okay. Wir wollen kaufen. Yes. Genau. Das wollen wir aber auch kaufen. Hallo? Das wollen wir kaufen. Wir kaufen ein bisschen was. So. Komm. Wieder ein Belebungsding. Äh. Hier. Wo war's? So. Genau. Dankeschön. So. Okay. Jetzt. Gucken wir mal. Ab de facto. Ab de facto. Ab de facto. Ja. Sehr geil. Sehr geil. So. Hat uns definitiv was gebracht. Mhm. Mhm. Der Weg ist versperrt und wir haben keinen Kompressor. Sag Gasse. Eine Superkraft die nur mit einem Kompressor funktioniert ist voll schwul. Das hier ist nicht Zelda. Fick dich Kuhn. Ich sehe hier sonst keinen der Lava bewegen kann, Kuhn. Gut geschoben, Wunder. Gut geschoben, Wunderarsch. Gucken. Gut geschoben, Wunderarsch. Gucken. Gut geschoben, Wunderarsch. Gucken. 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 Was ist mit ihm hier? Ach so. Wir brauchen den Kompressor. Oder? Warte mal. Wir können die Kiste auch nehmen. Für... Moment. Wir können weitermachen. Gute Arbeit. Clever gelöst. Genau. Gut, ne? So. Oh nein. General Disaster. Wisst ihr was Professor Kraus für diese Stadt plaat? Hey, du und Batas übertreibt ein bisschen. Ja, ihr braucht meine Abreibung. Das wird nicht so einfach, wie du denkst. Kante, pass auf! Lakae, fahren wir. Oh mein Gott. Ihr habt keine Wahl, Kuhn-Freunde. Der Boden ist Lava. Gleich jedenfalls. Ha, ha, ha. So. Komm schon. So eine geile Scheiße will ich öfter sehen. Scheiß auf die Lakaen. Mach den General fertig. Das könnte brennen. Komm. Ja, ja. Das hat man von zweiklassigen Lakaen. Haha. Na, wie wär's mit einer Runde Chaos, Kite, Junge? Hast du das gesehen, Meister? Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung. Absolut. Komm schon. Wofür zahle ich euch denn das ganze Geld? Los geht's, Neuer! Genau. Komm. Auf geht's. Los, Lakaen, das kommt hier besser. Hey, Minos, agachense. So. Der ist jetzt dran. Pew, pew. Oh, au, ah. Erledige die Generals. Vorsicht! Oh Gott. Los darf ne Runde. Chaos? Nein. Okay. Oh, je. Oh, je, Minos. Als Chaos-General bekomme ich vielleicht mein eigenes Win-off, wenn ihr ihn killt? Äh, nein. Was packst du, Mund-Arsch? Schleif'r! So, okay. Nein. Komm, Mama, und das wieder. Holz-Schlitzer! Ach, lass dich nicht so vermöbeln. Oh mein Gott. Komm schon. Mann, das ist Lakaen! Oh, noch mehr Lakaen. Du kriegst das hin! Komm schon. So, Wunder-Arsch haut alles raus! Pew, pew! Toolshed kann bei Bedarf gern noch ne Runde lasern. Over-Miniboss-Status-Bereich! Wieso musst du so ein Arsch sein, Disaster? Ich bin der Schurke! Zeit für Verwüstung! Oh mein Gott! Ach, lass das! Auf den Rotschopf! Er hat ohne Ende Lakaen! Komm! Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten! Halt zu Mama, du Schwachmacht! Mikro-Aggression! Schlag ihn! So. Geil. Jetzt wird's chaotisch! Schwenk dich mal an, Alter! Geil, Mikro-Dansaktion ist cool. Hey! Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Ja, ja, wenn wir dazu kommen. Mit jeder Runde dringen wir ein bisschen tiefer. Wie ein Bora! So. Oh yeah, geil! Endlich! Spezialfähigkeit! Von Toolshed! Wow! Ah! 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 Du bist dran, Neuer! Komm! So, jetzt gucken wir mal, dass wir da an unseren Dock kommen. Können wir uns nicht bewegen? Ach so! Was ist das jetzt? Können wir nichts machen! Der macht nichts! Ist das ein Witz? Ach nö! Was? Komm schon! Ach so! Moment! Nein! Er macht nichts! Er macht nichts! Komm mir noch! Komm mir noch! Warum macht er nichts? Er macht nichts! Ich kann nichts drücken! Ach, komm schon! Was denn da jetzt passiert? Hallo! Macht er irgendwas? Nein, ne? Geil! Wo ist denn der letzte Speicherpunkt? Ziehen wir es durch! Oh nein! Oh Leute! Das ist so kacke! Warum ist das jetzt passiert? Der könnte sich jetzt krotzen! Ne? Warum? Komm! Wir springen jetzt die Scheiße mal! So! Mann! Das hatten wir alles schon! Ja, ja, ja! So! Komm! Das könnte brennen! Das hat man von zweiklassigen Lakaien! Okay! Na, wie wäre es mit einer Runde Chaos-Kite, Junge? Oh, hast du das gesehen, Meister? Komm! Jetzt wird der Nagel, der Wexer! Doppel, Schraube! Komm! Oh, lass dich nicht so vermöbeln! Los geht's, Neuer! Yes! Ja, ey! Wofür zahle ich euch denn das ganze Geld? Füllt den Zorn von Hildenkeit! Pew, pew! Habt noch viel mehr Chaos-Auflage! Sehr schön! Der ist weg! Auf den Rotschopf! Er hat ohne Ende Lakaien! Oh, kacke! Oh, nein! YOLO! Los, Lakaien, das könnt ihr besser! Komm schon! Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung! Ja! Todesschrauber! Fall, komm mal! Yes! Was? Wir müssen echt aufpassen, dass wir... Du kriegst das hin! So! Komm! Wunderarsch, haut alles raus! Ja! Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden! Ja, ja! Wenn wir dazu kommen... Langsam wird's kalt, sich zu ergeben! Da tut ja schon das Watch-Spiel weh! Oh, oh! Hier kommt sie! Komm! Oh, nein! Das wollte ich doch gar nicht! Oh, fuck! Komm! Ja! Du hast dir einen mächtigen, waschbärigen Feind gemacht! Komm! Wir müssen hier weg! Andermodium! Komm! Ja! Definitiv! Jetzt komm! Action! Boah, Baby! Boah! Oh ja, ich brenne! Du bist dran, Neuer! So! Komm! Oh, Mann! Ihr verliert ja! Oh, nein! Sehr gut! Oh, Mann! Sehr schön! Sollen wir mal gucken! Mach den General fertig! Oh, nein! Was ist das? Gutes Gefühl bei der Sache Yes, der ist weg Und los geht's Jetzt müssen wir aber gucken, dass wir den jetzt auch erledigt bekommen Und deswegen trägt man immer eine Schutzbrille Komm schon Nein Oh je Wir müssen aufpassen Kackeverdammte Komm Bereit machen für fieses Blinzeln Oh Mann Komm schon Wir müssen ihn besiegen Oh fuck Ich frage mich, ob deine Actionfigur das auch könnte Vielleicht mit so einer Art Sprungfeder Schick die fiesen Todesmaschinen in die Schlacht Die Mechalakaien Was? Oh nein Was ist das? Ihr wollt mich doch verarschen Das packst du, Wunderarsch Okay Dass mir keiner an mein Werkzeug geht Komm Wir haben wohl alles sehr schön Das kriegen wir jetzt hin Das kriegen wir jetzt hin Auf den Roadshop Er hat ohne Ende Lakaien Kacke Das ist für Scrambles, ihr Bastarde Komm Rutsch nicht auf deinen Eingeweiden aus Wäre schade, wenn du hinfällst und dir weh tust So Oh Mann Bereit die fette Ausrüstung auszufacken Komm schon Auf geht's Yes Nein Oh Mann Komm Yes 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 Oh wir haben ihn besiegt Gott sei Dank Tierbolische Inschrift Der rothaarigen Sinn Sehr schön Oh oh Ich glaub das war's Na hoffentlich Wir sollten Moment Super Craig Oh mein Gott Super Craig Super Craig Halt durch Scheiße Ohne Kompressor krieg ich die Lava nicht weg Halt durch Wir finden was Wo wir Toolshed Sandblaster anschließen können Wir wissen doch beide Dass ich so gut wie tot bin Nein Super Craig Wir werden dich retten Mach was Toolshed Ohne Kompressor Ist mein Sandblaster nutzlos Dann hol den vom Eingang Die Tore sind verrammelt Schon vergessen? Schon okay Leute Wir alle wussten Als wir Kuhnfreunde wurden Dass es mal so enden kann Ruhig bleiben Super Craig Wir holen dich da raus Sorry Coon Aber für mich ist die Sache wohl gelaufen Nein Super Craig Nein So nach Scrambles Okay Aber ich würde sagen Einen Kompressor werden wir erst In der nächsten Episode holen Wenn es dann heißt Softpark Direkte Erguläre Zerreißprobe Ja Wenn euch diese Episode gefallen hat Wisst ihr Bescheid Könnt ihr gerne mal Einen Like da lassen Könnt natürlich auch was In die Kommentare schreiben Ja das würde mich auf jeden Fall Sehr sehr freuen Und dann sehen wir uns Das nächste Mal wieder Bis dahin Macht's gut Ciao ciao Bye bye